WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR herausfragen Oh no! Masochist! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hi! What's Your Name? WDR mediagroup GmbH We're gonna be here a while What's Happening Well they Haven't Eaten Im Yet I Think We're In The Clare Splendid We Shall Form A Welcoming Commitee And We Shall Welcome Them Du wirst mich nicht essen? Nun, warum würde jemanden mögen dich? Eine gute Frage, und ich werde es für dich antworten. Warte, warum würde jemanden mögen Mord? Denn es ist wirklich schrecklich, Frau Majestät. Denn es ist wirklich... Das ist nicht es. Es ist etwas anderes. Denn wir sind lemurs, und Fusas essen lemurs. Denn wir sind Fusas, und Fusas essen lemurs. Fusas? Wo ist es? Nein, ich war nicht... Anyway, wir würden gerne willkommen, die Gäste nicht mehr essen. Wo sind Sie aus? Wir sind aus New York. Was ist das Zoo? Zoo? Ich glaube nicht, ich bin mit diesem Wort. Ist das eine New-York-Esprung? Wir nennen uns diese Islande, Madagascar. Madagascar? Sie wissen, was das bedeutet? Sie haben es tatsächlich in der Wild. Sie haben den Wissen, Madagascar. Hey, Sie sind richtig. Ich meine... Ja, natürlich. Die Wild. Ich kann es glauben. Also, wer sind Sie wieder? Ich bin Julian, King of all Lemurs. Und ich bin Maurice. Und wir sind der Willkommen Committee. Also, willkommen, New-York-Giants! Um, excuse me. Ich kann es nicht helfen, dass einige von Ihren Subjekten screamed at die Mention des Wortes Fusas. Ist das etwas, was wir, auch, sollten wir sagen? Fusas? Well, Fusas are the sworn enemy of us lemurs. The main problem being that Fusas like to eat us. I don't like the sound of that. What do these Fusas look like? They look kind of like... That! They do look kind of hungry, don't they? Hey! There go my friends again! Wait for me, guys! Do not worry, my new friend. We will meet up with them later. For now, we need to find a place to hide until this inconvenience has passed. Inconvenience? These Fusas look pretty mean. Follow us. That is the secret passage under the Beobab tree. Follow us! Help! Okay, let's never do that again. So, where do we go now, guys? Follow us, Marty. A new party awaits. I can't decide if you guys are blissfully ignorant, or just ignorant. What? What? Come here. We are going to go. What? What? Ich kann das so gut aufgenommen. Ich kann das so gut abnehmen. Ach, du kannst du das Wasserstruck nach dem Steuern. Ich kann das so gut zu nutzen, ich kann das so gut zu nutzen. Ich kann das so gut zu nutzen. Ich kann das so gut das so gut zu nutzen. Geht weiter, Marti! Oh oh! Das ist der Influss-Water-Case-Fighter. Ich liebe diese kleinen Lehmanns. Ich bin sicher, dass sie für mich nicht erwartet haben. Ich habe immer ein Irrationalistisches Schlagmot. Nein! Jetzt muss ich schon wieder fallen. Super! Es ist ein bisschen Windy hier. Zu Windy für die kleineren Fähigkeiten. Ja, ich habe das Gefühl. Ich bin Angst, dass die anderen Lemuren vielleicht da draußen sind. Kannst du den Wind und sie schützen? Ich bin? Es ist kohol! Ja, aber du bist du genug, um zufrieden Fähigkeiten zufrieden Fähigkeiten. Obwohl, dass du ein paar von diesen Schrauben und sie als Schrauben, bis die Fähigkeiten passen. Hilf uns, hilf uns! Ich bin Angst, dass du den Schrauben von unseren Schrauben hast. Ich bin Angst, dass du von unseren Schrauben hast. Vielleicht muss ich versuchen, die kleineren Fähigkeiten zu schrauben, wenn ich mich von diesem Schrauben aus dem Schrauben aus dem Schrauben. Ich bin Angst, dass du von den Schrauben aus dem Schrauben hast. Ich bin Angst, dass du die andere sind schrauben hast. Ich bin Angst, dass du die anderen Schrauben hast. Du hast du den Schrauben hast. Dankeschön, Dankeschön für dich! Lamenteschön, Dankeschön! Ich schaffe uns, Eroikon! Du hast mich schraubt, Excelsior! Du bist ein St. Infer! Brrr, das ist gut, dass wir nicht alle Zeit haben. Das ist gefährlich! Ich schaffe dich, Zebra! Hilf uns, hilf uns! Ich schaffe dich aus der Grunde von uns. Ich schaffe dich aus der Grunde von uns. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön! Ich schaffe dich, ich schaffe dich! Ich hoffe, dass es zu viele mehr von Lemus gibt. Ich schaffe mich schnell! Ich schaffe dich, Zebra! Ich schaffe dich, Zebra! Zebra ist nicht so, dass sie sich so schrauben. Ich schaffe mich! Was ist das? Was ist das? Ja! Das ist nicht so schlecht, weil es sich so wie ein gewöhnlicher Seaside-resort. Was für ein gewöhnlicher Resortier sagt, dass es so wie hier ist? Ich würde mir das nicht so schlafen, dass ich mich alleine nicht so schlafen. Ich würde mir das nicht so schlafen, selbst von diesem Sohneinem. Ich würde mir das nicht so schlafen, was mir sagen? Was ist das für diese Gäste? Vielleicht muss ich es an das Gute zu beruflich machen. Hey! Hey! Was ist die Idee? Diea! Ich glaube, dass ich an diese Leute anschauen muss, dass sie ein kleines Erleichter haben. Ich frage mich, wo die Beleichterung von hier ist. Die Spools sind sicherlich sehr verrückt. Auch wegen dieser ... Hey Leute, habt ihr gesehen restos meiner Freunde? Oh, sie müssen nach vorne gehen, nach der alternativischen Ort für unsere Partie. Wo genau das ist? Ich bin noch nicht sicher, aber wir beginnen zu suchen. Wir müssen viele Dinge beantworten. Wow, es ist ein perfekt zu seltener Bezug auf die Stelle. Los geht's! Uh, guys, I think we might want to be careful around here. There are some very dangerous... I don't want to hear the end of any sentences. Now let's go. It's best just not to argue with him. Seriously, guys, there are some of those toothy, cloy things lurking around here. What do you call them? Fusa? Fusa? As king, I proclaim this a time of... Panic! The king has spoken. That's it! No more Mr. Nice Lion! Fusa, it's on! Protect the lemurs! Oh, no! I'm sorry, I'm sorry. Oh, no! If I could hear these three stories, I'd be just to say. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! What do you do? Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! I die. Ich bin der Polig. Ich bin der Polige. Die Fusser? Leute, haben Sie gesehen, dass die Fusser auf uns sind? Die Fusser sind uns hier. Sie sind pure evil. Fusser, was ist mit dir passiert? Fusser, was ist mit dir passiert? Fusser, was ist mit dir passiert? Fusser, was ist mit dir? Fusser, was ist mit dir passiert? Fusser, du musst dir ein anderes Leben. Fusser, das Blitz, warte, was zu ihm an das? Einzel von dem wiese... Einzel von den Adam Werbe, das dann der Beelia, ich bin nicht los. Wenn dir das irgendwo nicht, wo, dass du die etwas schoge ausstattst. Also beneath auch unsere Firmen das, was zu ihm an alles noch rauskriekt. Fusser, was zu ihm an das? Kannst du dir das nicht! Nicht mehr, dass du dich an das Leben einfach nicht mehr zu dir zu lernen? Oh, du ble! Die sind sie mir... Sie können nur nur mit mir, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin schon von Anfang an. Das ist so, dass wir hier so machen. Wenn du dir das Video nicht mehr so lieb, dann... Ich werde nicht mehr so lieb. Ich bin jetzt noch so lieb. So, bis zum Schluss.